Hallo bei Philz Philosophy. Wie hat sich unsere Gesellschaft von den Babyboomern bis hin zur Gen Z verändert? Ich stelle euch drei Diagnosen aus der Soziologie vor. Schritt 1. Gerhard Schulz hat 1992 eine wichtige Analyse geliefert. Unsere Gesellschaft ist eine Erlebnisgesellschaft. In dieser Erlebnisgesellschaft fragen wir weniger, was wir besitzen oder welchen gesellschaftlichen Status wir erlangen möchten. Das war für frühere Gesellschaften wichtig, sondern wir fragen, welche Erlebnisse wir haben wollen und wie wir sie erreichen können. Das ist eine Erlebnisrationalität. Die Angst vor dem ungelebten Leben ist in der Erlebnisgesellschaft die Angst eines Tages im Rückblick nicht genug erlebt und die eigenen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft zu haben. Eine zweite Diagnose, genau 20 Jahre später von Hartmut Rosa, eine Soziologie, die unsere Gesellschaft als Beschleunigungsgesellschaft sieht und diagnostiziert. Was hat es damit auf sich? Aufgrund des Zeitgewinns durch technischen Fortschritt entstehe, so sagt Wikipedia über Hartmut Rosas Beschleunigungsthese, eine Zeitnot und kein Zeitgewinn. Also Beschleunigung führt zu Zeitnot. Laut Rosa führt die Vielzahl der Möglichkeiten dazu, dass ein Mensch die ihm gegebenen Möglichkeiten nicht mehr im Laufe seines Lebens überhaupt ausschöpfen kann. Demnach dürfe oder vielmehr könne der Mensch sich nie ausruhen und sich nie zufriedengeben, da er sonst mit einem Verlust oder mit einem Nachteil rechnen müsse. Rosa sieht keine Steuerungsmöglichkeiten des Lebens für den Menschen, da sich das Tempo der Beschleunigung verselbstständigt habe. Was unterscheidet diese beiden Diagnosen und was verbindet sie? Erlebnisgesellschaft und Beschleunigungsgesellschaft, 1992 die Diagnose und 2012. Unterschiede. 1992, wir haben Angst, nicht genügend zu erleben, nicht Besitz und gesellschaftliche Stellung zählen, das war für frühere Gesellschaften wichtiger, sondern wie viel wir erlebt haben. 20 Jahre später bei Hartmut Rosa, wir können unsere Möglichkeiten nie richtig ausschöpfen, die Beschleunigung hat die Kontrolle übernommen. Also zwei verschiedene Schwerpunkte, aber die Gemeinsamkeit überwiegen und darauf will ich hinaus. Unsere Gesellschaft macht ständig Fortschritte, das ist bei beiden Diagnosen. Und das Programm unseres Lebens besteht darin, uns expansiv selbst zu verwirklichen und zu entfalten, immer mehr von allem. Das ist bei beiden Diagnosen der Soziologie gemeinsam. Wenn dies das Programm der Boomer ist, was ist dann das Programm der Gen Z? Was ist 2022 die Diagnose, wie lautet sie und was ist eigentlich typisch für unsere Gegenwart? Philipp Stab hat tatsächlich im Jahr 2022 ein Buch, eine Analyse der Gegenwartsgesellschaft geliefert. Das Leitmotiv unserer Gesellschaft lautet seiner Meinung nach Anpassung. Da zeigt sich schon, dass es einen generellen Unterschied hier gibt. Er schreibt, Zitat, könnte es sein, dass die moderne Semantik des Fortschritts, der Individualisierung, der Emanzipation und der Demokratisierung die falschen Anker für eine Analyse der Gegenwart und der erwartbaren Zukunft liefern. Dass wir diese und die nächste Gesellschaft nicht aus ihrem offensiven, sondern aus einem primär defensiven Weltverhältnis heraus bestimmen müssten. Dass nicht Selbstentfaltung, sondern Anpassung, nicht Progression, sondern Selbsterhaltung ihr eigentliches Leitmotiv bilden. Philipp Stab schreibt, mit welchen spezifischen Versprechen auf ein gelingendes Leben kann denn eine wirklich adaptive Gesellschaft, eine Anpassungsgesellschaft aufwarten? Was kann sie uns anbieten? Das ist Selbstentfaltung auf der Grundlage von Selbsterhaltung, von diesem relativ gesehen bescheidenen Ziel. Folgt nicht der extensiven Fortschrittslogik, wie in der Diagnose zur Zeit der Boomer, mit ihrem Fokus auf mehr und schnellerem Konsum, sowie einer maximalen Steigerung der Produktivität. Das ist also heute nicht mehr das Aktuelle. Stab schreibt, Selbstentfaltung auf der Grundlage von Selbsterhaltung richtet sich eher nach der Maxime Small ist Beautiful und impliziert eine Rückbesinnung auf die Endlichkeit natürlicher Ressourcen, was übrigens auch für die eigenen gilt, für die eigenen Ressourcen, die im Kontext einer achtsamen und auf Kooperation mit der belebten und unbelebten Welt ausgerichteten Lebensführung entfaltet werden soll, diese eigenen Ressourcen. Stab gibt uns folgende Diagnose, statt expansiver Selbstverwirklichung geht es heute um Selbsterhaltung durch Anpassung an die Bedingungen des Überlebens. Soziologie zur Zeit der Boomer und zur Zeit der Gen Z, ein Vergleich. Soziologie der Zeit der Boomer, wir haben Angst, nicht genügend zu erleben, nicht Besitz und gesellschaftliche Stellung, sondern Erlebnis zählt. Heute hingegen ein defensives Weltverhältnis, nicht Progression, sondern Selbsterhaltung. Soziologie zur Zeit der Boomer, wir können unsere Möglichkeiten nie richtig ausschöpfen, die Beschleunigung hat die Kontrolle übernommen. Heute die Maxime Small ist Beautiful, die Rückbesinnung auf die Endlichkeit aller Ressourcen. Früher die Zukunft glich im Grunde einem weißen Blatt Papier, das vom modernen Subjekt nach Belieben beschrieben werden konnte und auch sollte. Dieser Zukunftsbegriff ist heute ganz anders. Zukunft erscheint es nur dann zu geben, wenn Selbsterhaltung überhaupt gelingt. Also ein viel bescheideneres Ziel. Früher, man meint, Anpassung sei primär eine Praxis der Konformität, des Gehorsams und der Fügsamkeit. Also Anpassung als Vokabel hatte früher einen ganz negativen Klang, nämlich zur Zeit der Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Heute, sagt Stab, Anpassung ist eine Praxis, die Spielräume individueller und kollektiver Lebensführung eröffnet. Also nur durch die Anpassung können wir überhaupt Zukunft sichern und dann uns auch ein wenig entfalten. Die Take-Home-Message dieser Gegenüberstellung dieser Soziologien von 1992, 2012 und 2022. Für die Zeit der Boomer diagnostizierte die Soziologie eine Fokussierung auf Erlebnisse und das Ausnutzen aller sich bietenden Möglichkeiten. Insgesamt lag der Schwerpunkt auf einer expansiven Selbstverwirklichung. Für die Zeit der Gen Z diagnostiziert die Soziologie eine Fokussierung auf Selbsterhaltung. Anpassung gilt nicht länger als Konformität oder Gehorsam oder Fügsamkeit, sondern Anpassung an die zur Selbsterhaltung notwendigen Bedingungen gilt überhaupt als Ermöglichung von Zukunft. Expansive Selbstverwirklichung mit einer Jagd nach Erlebnissen und mit der beschleunigten Nutzung aller Möglichkeiten gibt es natürlich auch heute noch, auch bei uns selbst, selbstverständlich. Doch manchmal scheint sie uns wie in eine andere Zeit gehörig. Wie hat sich unsere Gesellschaft von den Babyboomern bis zur Gen Z verändert? Ich habe euch Einblicke in drei soziologische Diagnosen gegeben. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.